Hallo, mein Name ist Stefan Huber, ich bin der Geschäftsführer von WHD und melde mich heute aus unserem kleinen aber feinen Hörraum, der aktuell noch bei uns hier im Werk steht, aber bald schon auf der Leiton Building in Frankfurt aufgebaut sein wird. Hier präsentieren wir Ihnen Dolby Surround Systeme vom feinsten, genauso wie unsichtbare Lautsprecher und KNX Audio Geräte. Besuchen Sie uns auf der Messe in Halle 8, Standnummer J91. Ganz besonders freue ich mich auf unsere Studiopartner und alle, die es noch werden wollen. Kommen Sie zu uns, wir erklären Ihnen sehr gerne unser innovatives Studiopartner-Konzept und wie Sie davon profitieren können. Jetzt sage ich nur noch, der Countdown läuft und bis bald auf der Leiton Building in Frankfurt. 3, 2, 1, und liftoff. Let's go! A 20-bit space shuttle mission is clear in the tower. VRD. Sounds good. SAID Untertitelung des ZDF, 2020